Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal FrukiPlays und um heute, meine lieben Freunde, gibt es ein ganz besonderes Video. So ein Video gab es noch nicht auch auf dem Kanal und zwar haben wir gestern im Livestream Want2Watch SPCs gemacht, also die Community hat SPCs gemacht, die haben SharePlay gestartet. Ich habe zugeschaut, ja, und wir waren natürlich auf der Suche nach Ben Yedda, Want2Watch. Ich habe natürlich auch eine OTW SPC gemacht, die wird natürlich auch ein Video sein. Und wir haben wirklich sehr vieles gezogen, Freunde, sehr viele unterschiedliche Sachen. Ich habe einfach mal das Best of reingestellt und ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Aro da, Freunde. Lasst uns die 500 Likes knacken, Freunde, das schaffen wir, pusht euch. Ansonsten einfach mal viel Spaß mit dem Video, Freunde. Wir haben kranke Sachen gezogen und ja, dann viel Spaß mit dem Video jetzt. Gut, so, der hat ein OTW Pack, Freunde. So. Zack. Frankreich. Hazard? Ach, schade, Mann. Ich hätte es dir gegönnt. Ich hätte es dir gegönnt, Bruder. Ah, es ist sogar Hazard, aber der falsche. Dank dir, Nawabi. Shaka darf ich... Darüber rede ich leider nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, ich wollte das Video machen. Mann. Nein. Aber warte, ey, drück nicht weg, drück nicht weg, drück nicht weg, drück nicht weg. Ich muss kurz die Gun. Okay, Abtan. Lad dann einfach ein. Barrech, weil du im Geld. So, let's go. Komm, Junge. Ein M. Wenn ihr, da muss doch gehen. Ja. Ja. Da kommt er. Da kommt er. Hä? Hä? Reus? Brandt. Oh, Mann, Alter. Ich dachte schon. Reus. Was für Reus, Mann. Ich bin dieses Jahr 21, Freunde. Zeit fliegt. Gerade, wenn jeder um 200 km gesungen. Oha. Ja, da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Ah, es ist wieder Brand. Komm, geh mal in die Masse jetzt. Ja, da ist er. Endlich ist er in die Masse gegangen. Endlich, Freunde. Endlich. Und jetzt kommt er, Benjeda. Jetzt. Jetzt kommt er. Oh, mein Gott. Da kommt er. Was ist das? Wer ist das? Ikadi? Was sagt die Ikadi, Freunde? Einfach, wir haben im Livestream so, hat er gemerkt, dass ich sein Cousin bin. Und er hat dann so seinen Namen gesagt und so. Das stimmt sogar wirklich. Also, das ist halt krass. Wie findest du Eldos? Krasses Talent. Junge, der kommt was, Benjeda. Da kommt er. Ey, Bruder. Ich will mein Pack ja noch gar nicht mehr öffnen. Oh, der Junge. Oh, das hat sich richtig komisch angehört, ne? Das hat sich bestimmt... 87 hat der Junge. Das ist geil. Das ist geil. Hat der sich kurz mal der Junge gegönnt? Bruder, der ist echt mein Cousin. Krasser Typ, Alter. Kurz mal ein bisschen Cousin kennengelernt. Heftiger. Heftiger Typ. Das war echt krass. Ich weiß dir. Plötzlich einmal Cousin kennengelernt im Stream. Crazy, crazy Fragen hier heute. Spanien. Da kann schon nichts kommen, oder? Ich hab gar nicht gewusst, dass du schon einen Führerschein hast. Hab ich in deinen Story gesehen. Ich dachte, du wärst 17 oder so. Ja, musst los, Digga. Sarabia ist in Ordnung, glaub ich. Also vom Rating, ja? Was war dein Zuseher-Record? Ich glaube... Lass mich nicht lügen. Aber ich glaube, wir hatten schon mal fast 3.000. Oder? Hatten wir 3.000? Haben wir 3.000 geknackt? Ich glaub... Wir hatten mal 3.000. Ja, guck. Wir hatten 3.000, ne? Das war Weekend League, glaub ich. Weltrekord-Weekend League, oder? War das Weltrekord? Ich glaub, Schan. War das nicht Weltrekord? Tuka, war's mit dir? Ah, wo wir fast nochmal Weltrekord gebrochen hatten, ne? Stimmt. Moin, 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 ABCDEFG. Dieses zweite Mal 30.0 auch. Achso. Spanien. Ich hab ja Back-to-Back 30.0 Gold. Ich glaub, da war das. Drei Mal schon 3.000, ja. Jungs, paar Mal haben wir 3.000 erreicht. Mehr aber nicht. Was kostet die SPC? Ich glaub, 40k oder so. Junge, wo ist ein Bernier da? Ah, jetzt komm, bitte, 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 komm, bitte. Kadi, Alter. Ja, vom Freitag bis Dienstag anzahlen. Ja, okay. Gönn dir den Hasen auf jeden Fall. Hey, warte mal, ist Montag, Dienstag, Feiertag nächste Woche? Junge, als ob, als ob, wie schwierig. Am Ende zieh ich in meinen Pack Bernier da. Das ist ja richtig witzig. Ich fänd das richtig witzig. Das wär so richtig geil. Das wär perfekt einfach. Ah, mit Ansage, okay. Jungs, der Titel mit Ansage Bernier da gezogen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Na, der Jong. Bruder, okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Das wär ne ultimative Titel gewesen, Freunde. Schade. Wie kann man dich einladen? Einfach PSN einladen, Party. Komm, da ist er. Da ist er. Ich spüle ihn. Bruder. Dafür muss ich Nightbot auch, Mann. Mach ich nächstes Mal mit dem Gewinnspiel, Mann. Ehremann Decks, Junge. So, jetzt kommt Bernier da. Wie schwierig ist, bitte. Wie schwierig. Das ist unglaublich, Alter. Wir haben meistens Wetter, wie in Theos Maximus schon. Du hast nen Praktikumsjob. Oder wird schon Kaffee kam. Keine ume Eigenzimmer. Schicksalig bin. Boah. So wie Herkules, bleib' meiner Linie treu. So wie Herkules, kämp' mir nur ne Schwäche zeigen. So wie Herkules. So wie Herkules. Ach, schade, Mann. So wie Herkules, kämp' mir nur ne Schwäche zeigen. So wie Herkules, kämp' mir nur ne Schwäche zeigen. Äh, Marcel hab ich auf Instagram gepostet. Überflute diese Szene. Das ist Ben Yedda. Boah, Alter. Da ist er. Da ist er. Wer ist das? Wer ist das gewesen? Wer ist das gewesen, Freunde? Wer ist das gewesen? Ich hab' die Online-ID nicht mehr. Ich hab' die, Jungs, einmal GG. Alle, die den Emote GG haben, GG rein. Und alle, die kein Emote haben, GG reinschreiben. Pusht euch. Ist Ben Yedda zur Stelle. Stark, Ben Yedda. Kommt. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Kommt der Ben Yedda. Kommt, back to back. Ah, wer ist das? Den haben wir noch gar nicht gezogen. Cornett. Ne, was für Cornetto, Alter. Kurz mal an Cornetto gedacht. Ich hab, Jungs, ich hatte Bock auf Eis heute. Ja, ich geb's zu. Ich geb's zu. Ich hab' Bock auf Eis. Deswegen hab' ich an Cornetto. Oh, Pepe ist was wert. Ist doch cool. Ist doch cool, hier. Let's go. Pusch dich. Komm. In die Masse gehen. Wer kommt da? Wer kommt da? Wer kommt denn? Wer kommt denn? Schade. Schade. Marmelade. Wambisaka. Aber ist in Ordnung. Wambisaka ist in Ordnung. So, da bin ich noch am Start. Kurz auf Toilette gewesen. Bro Army. Was geht hier ab? Was ist hier los, Freunde? Ich bin verwirrt. Ich geh kurz auf Toilette. Komm wieder zurück. Steht da Bro Army im Chat. Habt ihr mich geprankt? Ähm, er hat Roten, Griezmann. Was? Ja, warum macht der das, wenn ich nicht starb bin? Hallo? Ja, das macht ja richtig Sinn. Bruder, ich war doch grad nicht da. Warum? Bruder, warum stoßt du Griezmann in Rot ab? Erste Frage. Zweite Frage. Warum ausgerechnet, wenn ich nicht starb bin? Und dritte Frage. Toll. Ähm, Missedepunkt. Ja, mal hin. Komm, jetzt kommt hier. Griezmann kommt, Freunde. Pass auf. Griezmann. In eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Schade. Okay, kein Grund zur Panik. Gold. Und dann bin ich auch schon wieder weg. Aufgewachsenen Stressbürtel. Cash, Bündel, Schmerzmittel. Ja, Messgürtel. Ja, ich muss noch alert einfügen. Stimmt. Hab ich vergessen, Bruder. Aber hätt ihr, wusste ja nicht, dass so viele Mitglieder hier reinkommen. Wusste gar nicht, dass ich so viele Supporter hab. Freunde, was ist los mit euch? Ehrenmänner. Ich hab hier paar 83er gemacht für, ähm, ja, das eine oder andere Video vielleicht. Nix. So, gönnen wir uns mal meinen Pack. War doch klar, dass bei mir nix kommt. Naja. Dein bester Player, Piff. Ja. Ah, Pullisic gezogen. Sehr gut. Warum hab ich den jetzt rein, weil der ist doch ihr Travel. Ich verkaufe den direkt. Für Ben Yerda, Freunde, sprengt ihr jetzt mal den Like-Button. Komplett. Einmal den kompletten Like-Button auseinandernehmen. Wir haben Ben Yerda gezogen. Endlich. Freunde. Das war's noch mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Ansonsten, schaut auf Instagram vorbei. Links ganz oben in der Videobeschreibung. Und, keine Ahnung, was noch sonst irgendwas. Ihr wisst Bescheid. Haut rein, Freunde. Wir sehen uns. Ciao.